In diesem Video geht es um Kunst in der Steinzeit. Ich erkläre dir, wie sie religiöse, kommunikative und soziale Funktionen erfüllte. Außerdem erhältst du Informationen über Höhlenmalereien, Skulpturen und die geografische Verbreitung. In der Steinzeit war Kunst mehr als nur Dekoration. Sie hatte oft religiöse oder spirituelle Bedeutung und diente der Kommunikation. Höhlenmalereien und Skulpturen halfen den Menschen, Geschichten zu erzählen und Wissen zu teilen. Die bekanntesten Kunstwerke der Steinzeit sind wohl die Höhlenmalereien. In Frankreich und Spanien finden wir beeindruckende Beispiele, wie die Höhle von Lascaux. Diese Malereien zeigen oft Tiere und Jagdszenen. Ein weiteres bemerkenswertes Element der Steinzeitkunst sind die Handabdrücke an Höhlenwänden. Forscher glauben, dass diese als eine Art Signatur dienten. Sie zeigen die menschliche Präsenz in der Höhle an. Neben den Höhlenmalereien gibt es auch kleine Skulpturen, oft aus Ton oder Stein. Die Venus von Willendorf ist eine der bekanntesten. Sie könnte ein Fruchtbarkeitssymbol gewesen sein. Auch Musik kann als eine Form der Kunst betracht werden. In der Steinzeit gab es einfache Flöten und Trommeln. Diese Instrumente dienten wahrscheinlich sowohl der Unterhaltung als auch rituellen Zwecken. In der Steinzeitkunst kommen oft bestimmte Tierformen und Symbole vor. Diese könnten verschiedene Bedeutungen haben, zum Beispiel als Talismane dienen oder bestimmte Mythen darstellen. Die Menschen der Steinzeit nutzten natürlich Materialien wie Stein, Knochen und Holz für ihre Kunst. Als Werkzeuge dienten ihnen spitze Steine und manchmal sogar Tierhaare als Pinsel. Kunst hatte in der Steinzeit auch eine soziale Funktion. Sie half, die Gruppenidentität zu stärken und Wissen an jüngere Generationen weiterzugeben. Manchmal diente sie auch als Statussymbol. Steinzeitkunst findet man auf der ganzen Welt, von Europa bis Asien und Afrika. Jede Region hat dabei ihre eigenen Besonderheiten und Stile, die uns viel über die jeweilige Kultur verraten können.